Die Firma ContiTech in Leonding. Ihr Spezialist für die Herstellung und Produktion von Rollcontainern für Einsatzkräfte. Die Rollcontainer sind vorwiegend aus Aluminium gefertigt und nach den Richtlinien nationaler und internationaler Verbände bzw. durch eine Aluminium-Konstruktionsnorm am Typ geprüft. Gemäß den Sicherheitsbestimmungen besitzen alle Rollcontainer eine sogenannte Todmannbremse, die als mechanisch betätigte Trommelbremse ausgeführt ist. Dieses witterungsbeständige System ermöglicht ein einwandfreies Anhalten des Wagens auch bei höheren Belastungen. Im Unternehmen unterscheidet man zwei Produktionslinien. Bei der Standardlinie wurden die gängigsten Rollcontainer standardisiert und in der Fertigung optimiert. Bei der kundenspezifischen Linie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Hier wird ganz besonders auf die Bedürfnisse des Kunden Rücksicht genommen. Nach einer intensiven Planungsphase und anschließender Freigabe durch den Kunden wird das Projekt in der Fertigung eingeplant. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal bietet die neu entwickelte Offroad-Rolle. Die breitere und profilierte Lauffläche, die pannensicher ausgeschäumt ist, ermöglicht ein Schieben auch schwerer Container auf grobem oder weichem Untergrund, wie zum Beispiel Schotter oder Rasen. Somit können die Container nahezu überall eingesetzt werden. Die Rollcontainer von Contitec vereinfachen den Transport von Arbeitsmitteln und schonen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Lassen auch Sie sich von der Contitec GmbH kompetent und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt beraten.